Die Schlüsselduelle des DEL Finals zum durchklicken, Bildergalerie DEL, Playoff E-Finale, Adler Mannheim, EHC Red Bull München im Head to Head 18 Bilder Bühne frei für den Titel Showdown in der DEL im Playoff E-Finale kommt es zum Gigantenduell zwischen Hauptrundensieger Adler Mannheim und Titelverteidiger EHC Red Bull München. Der Titelverteidiger München musste im Halbfinale gegen die Augsburger Panther über die volle Distanz von sieben Spielen gehen. Hauptrundenprimus Mannheim gewann seine Serie gegen die Kölner Haie mit 4 zu 0 und geht dementsprechend ausgeruhter in das erste Finalspiel DEL Finale Adler Mannheim, EHC Red Bull München ab 19.30 Uhr im Live-MTV und Scream, jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen. Hier geht's zum Shop, Anzeige der Erfolg über eine komplette Serie hinweg ist jedoch von vielen Faktoren abhängig. Sport 1 zeigt im Head to Head, welches Team in welchem Bereich im Vorteil ist, Let's Block Ads. Why? Sport 2 decides mit einer outsiderInnen. Das heißt im Ellen earthen, weil die Kamera zum произош Ort 2 liegt. реально inner으로 sind als sowas.